Stimmung hier ist unheimlich ausgetaschen und fröhlich. Also ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Begeisterte Leute, tolle Bilder, tolle Künstler, tolle Gäste, tolle Gastgeber, alles. Wir finden großartig. Ich wollte gerne ein bisschen popartig sein, aber bin damit dann irgendwie im Hintergrund geblieben und bin dann doch auf Schwarz-Weiß in die Patriz gegangen. Das ist so ein bisschen wie so ein introvertierter Aufschlag. Das finde ich ganz toll eigentlich. Inspiriert hat mich eigentlich, dass ich jahrelang mit Auftragsverarbeit gearbeitet habe und eigentlich nie eine Ausstellung gemacht habe. Und jetzt habe ich dieses Jahr mein 25-jähriges Filmjubiläum und habe gedacht, ich brauche mal Bilder, die ich auch mal zeigen kann, weil meine Auftragsbilder sind natürlich immer sofort weg. Und dann habe ich gedacht, wenn ich ohne Auftrag arbeite, dann müssen die ja vielleicht auch bei mir zu Hause hängen. Und dann habe ich gedacht, worauf hätte ich Lust und ich habe gedacht, genau darauf habe ich Lust. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020